Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Ich bin Kay und heute stelle ich euch die Playmobil City Life Rockstar Bühne vor. Darüber freue ich mich sehr. Das habe ich zum Geburtstag bekommen, denn ich hatte letzte Woche Geburtstag. Und ja, ich habe gedacht, die stelle ich euch heute mal vor. Die ist nämlich total hammer toll. Ich habe die schon mal im Katalog und so gesehen und im Internet, aber man kriegt die auch nicht so ohne weiteres, weil die sehr schwer zu bekommen ist. Und meine Mutter hat die aus Amerika bestellen lassen, denn hier in Deutschland gibt es die eigentlich gar nicht mehr. Und dazu habe ich auch noch ein paar andere Keyboardplayer und Gitarristen bekommen. Dann einmal dieses Mädel, hat ein richtig cooles Outfit an. Dann einmal der Boy im afroamerikanischen Look. Und nochmal diese Dame am Keyboard. Also richtig cool. Dann dabei ist auch noch etwas anderes. Da gucken wir jetzt aber mal rein. Ich bin total gespannt. Ihr auch? Dann los geht's! Ich habe jetzt mal reingeguckt. Also hier ist ein DJ, auch im afroamerikanischen Look. Sehr cool ein DJ. Ich liebe DJs. Passt ja auch super zur Band. So ein bisschen partymäßig, muss es ja auch sein. Dann haben wir hier einmal diese coole Rockstar-Band mit Gitarrist und Sängerin. Super cool. Afroamerikaner. Eine mit einer pinken, coolen Haarfrisur. Also richtig cool. Ich liebe auch pink meine Lieblingsfarbe. Und einen blonden Gitarristen. Also sehr, sehr cool. Und alle haben ein Mikrofon in der Hand. Also können die gleich los rocken. Das ist auch nochmal die Nummer 5605. Die Rockstar-Bühne hat die Nummer 5602. Also das ist von der Bühne jetzt mit den Figuren, die dabei sind, sind diese hier. Die zeige ich euch später auch nochmal. Und dann habe ich noch einen Pianisten extra, den man auch dazu kaufen konnte. Das ist einmal die Nummer 5604. Also auch sehr cool. Sehr cooler Typ. Und jetzt zeige ich euch mal die offiziellen Figuren, die auch bei der Bühne dabei sind. Und hier sparen sie richtig stark aus. So richtig cool. Vor allem die beiden mit der Sonnenbrille gefallen mir total gut. Also richtig scharf sehen die aus. Der hat hier noch so ein Tigerfell. T-Shirt an, sage ich jetzt mal. So ein Tigermuster. Der hat hier so einen Stern drauf und so eine, ja, coole Jacke. Hat auch noch so eine schwarze Lederjacke, kann man schon fast sagen. Der hat hier auch so einen richtig coolen Hut auf. Also sehr cool. Der ist ja auch der Sänger, sieht man ja hier oben. Ich werde mal zeigen. Hier ist das der Sänger. Er hier ist Gitarrist. Er ist Schlagzeugspieler und er hier ist auch Gitarrist. Also der sieht auch toll aus. Hat eine schöne Wellenfrisur, sage ich jetzt mal. Also auch noch eine Krawatte um. Sehr, sehr schick. Cool. Gangstermäßig und Rockstar-Typen. Also sehr cool. Genau. Hier ist auch nochmal die Nummer von der Band. So. Genau. Die stellen wir auch mal in die Leiter. Weil wir bauen heute auch noch gemeinsam die Band auf. Die ganze Bühne. Und ich würde mal sagen, wir fangen an mit dem Aufbauen. Viel Spaß. Unsere Bühne. So sieht die aus. Also sehr groß auch. Und das sind unsere Boxen, wo auch die Musik nachher rauskommt. Hier hinten ist ein Batteriefach. Ich habe da gerade schon Batterien reingetan. Und hier oben sind die Knöpfe einmal für laut und leise. Für die Musik, für das Licht und für den An- und Ausschalter. Und ich würde mal sagen, wir hören uns das einmal an. Sehr cool, die Musik. Das ist jetzt laut. Das ist etwas leiser. Was haben wir hier noch? Ah, die Lichter. Auch cool. Ah, wird mir dann mal nichts aus. Sehr schick. Ich habe dann schon zu fahren, zu tanzen. Jenny persönlich. Dann hier die Rockstar Band. Sehr cool. Also coole Rockstar Musik. Ich kann selber schon sehr gut mit tanzen. Genau, dann haben wir den Ausschalter. Hat er noch eine zweite Musik? Ja, dann noch eine zweite Musik. Ah, noch dieses zweite Blinklicht. Und man kann seinen eigenen MP3-Player da anschließen. Also noch einen. Ah, und dann brauchen wir es halt. Genau. Also zwei Musikclips sind dabei. Und zweimal diesen Lichtfaktor. Und ansonsten halt An- und Ausschalter. Also und den Lautsprecher halt. Leise und etwas laut. Und hier steht auch noch, man soll, oder beziehungsweise man kann, hier sein Handy anschließen. Mit einem Kabel. Das Kabel ist auch dabei. Hier ist das Kabel. Und dann kann man da seine eigene Musik auch noch anschließen. Also auch sehr cool, finde ich. Auch eine gute Idee. Falls man die Musik nicht ganz so toll findet, kann man seine eigene Musik auch anschließen. So, und jetzt bauen wir auf. Und dann haben Sie eher, aber auch nachdem wir drauf gemacht. Und dann haben wir elf. Und dann können wir ja gleich so machen. Und dann haben wir ja gerade場ende hose Moving many주는, nämlich, da wie certified so να vertreiben. Das geht ja gerade. Und dann wissen wir auch um das mit dem, Topé. zu einer Lunci campusfreude das Massysteme. Und zwar eine große Ausmix. Und zwar ein pastel organisations basketball. Und dann können Sie sich vor. Und da halt könnten wir so auch noch...</ do, und da microorestier. So Leute, die Bühne habe ich jetzt fertig aufgebaut. Sie sehen echt hammer cool aus. Und ich hoffe, euch gefällt es auch. Schreibt gerne mal in die Kommentare. Und ja, die Musik und der Soundcheck ist super cool. Bevor ich euch noch mal ein bisschen näher ran, also der Schlagzeugspieler ist super. Das Schlagzeug sieht super hammer aus. Ansonsten auch hier die Gitarristen und die Sänger. Also einfach super. Und wir hatten ja schon gesagt, dass es noch einen zweiten Sound gibt. Den hier und noch natürlich unser anderes Licht. Also man kann gleich mit fiebern und tanzen. Und jetzt haben wir ja auch noch unsere anderen. Und die baue ich jetzt auch noch auf. Und dann stellen wir die alle zusammen abzüglich. Bis gleich. Ihr Lieben, ich habe jetzt auch noch die Band aufgebaut. Die mit der Nummer 5605. Das ist sie hier nochmal zur Erinnerung. Und ja, die habe ich jetzt hier hingestellt. Einmal die Lady hier. Dann einmal der Afroamerikaner und der, ja, der Blonde mit den blonden Haaren. Und jetzt sieht die Band total vollständig aus. Zwar fehlt hier noch einer, der Keyboardplayer. Der DJ, den haben wir auch noch. Die passen glaube ich jetzt nicht alle dahin. Aber ich glaube noch den Keyboardplayer, den kann man noch unterkriegen. Der könnte man noch hier irgendwie so hinstellen. Auf jeden Fall ist das jetzt schon mal bis jetzt unsere Band, die bei meinem Set jetzt dabei war. Also die ich bekommen habe. Also einmal meine Bühne an sich mit den 1, 2, 3, 4 Band-Leuten. Und dann einmal noch halt die separate Band mit den 3 Singern. Und gleichzeitig auch Gitarristen. Genau. Und ja, man kann jetzt auch nochmal die Musik anmachen. Die finde ich nämlich oberhammer cool. Da ist sie wieder. Jetzt sieht es auch nochmal richtig in der Partstimmung aus. Also sehr cool. Die beiden singen hier im Vordergrund. Die anderen spielen Gitarre. Und der natürlich, unser Schlagzeugspieler ist natürlich auch dabei. Und der hat natürlich eine super tolle Sonnenbrille auf. Eine super tolle Shirt und eine super coole Lederjacke. Also passen die alle super zusammen. Und den Keyboardplayer, den werde ich auch noch aufbauen. Den DJ auch. Den Gitarristen auch natürlich noch. Die Keyboardspielerin auch. Die Gitarristen auch noch. Und dann haben wir auch unsere Band ganz vollständig. So, ich stelle mich hier nochmal so ein bisschen hin zur Erinnerung. So. Ein bisschen verteilen. So. Und der kommt noch. Jetzt haben wir unsere Band. Und ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, gebt auch gerne in diesem Video einen Daumen nach oben. Darüber würde ich mich sehr freuen. Und abonniert auch gerne diesen Kanal, damit ihr kein Video mehr verpasst. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.